Also nicht, dass es mich jetzt gar nicht, also, aber, ne. Ja, ich bin halt ein Amateur, ich hab halt mein Bestes gegeben. Aber schön, dich kennengelernt zu haben. Danke. Danke fürs Mitmachen. Tschüss. Jetzt wird's ernst. Hier kommt Michael. Hallo. Hallo, hi. Wie ist das, Michael? Hi, grüß dich. Hi. Geht's dir? Ja, gut, danke. Super Essen, also wirklich richtig gut gemacht, Vorspeise im Traum, auch Hauptspeise, wirklich sehr lecker. Hast du selber gemacht? Mhm. Auch mit dem Curry? Auch selber. Super lecker, wirklich. Was hat das mit dem Tisch, mit dem Mikro auf sich? Ich bin Musiker. Und genau was? Singer. Du singst? Von der Band. Ja, cool. Und was genau? Rock. Ja, krass. Sehr schön. Also, hat mir sehr gut gefallen, wirklich. Deswegen, also, wegen Essen hab ich mich auch für dich entschieden. Und ja, schön, dich kennenzulernen. Ihr dürft euch ja noch etwas genauer kennenlernen. Jetzt muss ich aber erstmal hier in die Mitte zwischen euch, denn ihr habt ja ein Wellness-Wochenende zu zweit gewonnen. Okay. Ob ihr das im Doppelzimmer verbringt oder im Einzelzimmer, das bleibt euch selbst überlassen. Wir wollen ja niemanden zwingen. Und wohin es geht, das steht schon fest. Und zwar ins Aktivhotel Oberhof. Oh. Zwei junge Leute. Da könnt ihr, glaube ich, viel Spaß haben. Und wir werden dann natürlich auch mal kurz vorbeikommen und gucken, wie es läuft. Gar kein Problem. Und dann lassen wir euch wieder alleine. Für fünf Minuten gar kein Problem. Fünf Minuten ist drin, genau. Wo seid ihr denn? Auf den Teller, ne? Und unsere Zuschauer wollen ja auch wissen, wie es mit euch weitergeht. Und wenn sie noch mehr Singles sehen wollen, noch mehr Liebe sehen wollen, noch mehr Rezepte vielleicht abgreifen wollen, dann schalten sie wieder ein beim nächsten Mal bei Liebe geht durch den Magen. Und euch drücke ich die Daumen und wünsche viel Glück. Dankeschön. 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 Dankeschön.